Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Überkehr der 4 Reiter anzunehmen bei Hochlord Davion Mograine in Aherbus die Schwarze Festung, die Ordenshalle des Todesfitters, auf der Ebene die Halle des Befehls. Ich nehme hier die Quest gleich mal an und darf nach Durvatar weisen. Da gehe ich hier als erstes durch dieses Portal nach Talaban. Dann begebe ich mich nach Sturmwind und von dort aus nach Hyal. Solltet ihr Hyal nicht freigespielt haben, dürft ihr von Darnassus aus starten. Wie gesagt, ich gehe nach Sturmwind, das ist das linke Portal. Sollte ihr nicht alle, allzu lang dauern über diesen Weg. An dieser Stelle der Hinweis. Ihr könnt in meinem Kanal auf Kanal Info klicken. Da seht ihr, was es Neues gibt. Oder falls ihr Anregungen, Kommentar habt allgemein, dann könnt ihr auf Diskussion klicken. könnt ihr gerne einen Kommentar abgeben. Es wird mich freuen. Dann bin ich in Hyal. und darf mich dann hier hinbegeben. Wie man sieht, ist es ein recht langer Weg. Aber es sollte gehen. Ich werde jetzt das Video nicht schneiden. Ihr dürft gerne 1-2 Minuten vorspulen. Dann seid ihr an der Stelle. Oder ihr dürft mir auch gerne zuschauen. Wie ihr mögt. Ich bin auch schon gleich hin als Shava. Wie man sieht, ist die Quest auch auf Stufe 100 schon annehmbar. Ich weiß jetzt, ob der Hinweis zu diesem Zeitpunkt hilfreich ist. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich euch erzählen soll sonst. Ich bin nun fast auch schon da. Ich hoffe, ich werde überhaupt nicht abgeschossen. Obwohl ich fliege ein bisschen seitlich, dann soll es gehen. Und BVP gefleckt war ja klar. Ich bin aber auch gleich schon da. So, angekommen. Ich bin hier um zu dienen. Quest ist dann bei Tasavian abzugeben. In Duvotab. An folgender Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hoffe ich konnte euch helfen. Tschäon. Tschäau. und